Speed Truck Racing bei Super Power Up Games Oh, okay Speed Truck Racing bei Super Power Up Games Speed Truck Racing bei Super Power Up Games Oh, gut dann Problem ist, Ma, du bist mir schon so ein Kaugirl Ready Let's go This will be a race to remember, guard your engines 3, 2, 1, go Und jetzt ab in der Pizzeria In der Pizzeria Wo sind die Knarre? Dann bist du um 10 wieder daheim Uh-huh, gut Checkpoint 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 So, okay What? Hopp Dann bist du doch eh satt, oder? Ich hoffe, du hast nichts zum Mittag gegessen, dass du ordentlich Kohle auch mitnimmst. Carbaccio und Scalopina? Das packst du nicht, glaube ich nicht. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Carbaccio bestellt habe. Ich glaube mal, der Kai hatte mir den mitbestellt und da war halt so wenig Spaghetti dabei. Ich meinte, der Kai hätte mir das bei dem Burgerladen mal mitbestellt, Carbaccio. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Es war zwar lecker, die hatten tatsächlich Orange dabei. Fand ich auch nicht so falsch. Wo ist denn da die Boxengasse? Hallo, wo sind da die Boxengasse? Wie soll das? Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Ich glaube, ich habe auch Völkopf drauf. Carbaccio und hinterher eine Pizza. Hey, du blöde Sau, was soll das denn da hinten? Oh Mann, mit der kaputten Karre, das ist so scheiße. Kann ich den reparieren? Das packe ich nicht. Ach, ich fahre nur... Ach, guck mal, der dreht doch gar nicht richtig hoch. Eheha! Eheha! Das ist großartig! Super! Excellent! Ich habe alle Probleme! Vielleicht holt mich deswegen die zwei nicht auf! Wiener, Wiener, Chicken Dinner! Super! 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 Wenn ihr mich jetzt wieder kaputt fahrt, ihr Sackgesichter in, jetzt habe ich Schluss geflüssig. Der trifft natürlich beschissen weg im Vergleich zu dem anderen. Alter, was soll das denn? Wie die Kaiba Rocket legt du. Was sind das für ein Rotz? Wieso zieht die Karte denn so doof da weg an der Stelle? 3, 2, 1, GO! Halt, fahr doch mal geradeaus, du Hannebembel! Halt, fahr doch mal! Komisch. Fertig, ganz komisch, die Kisse. Ich bin ja gleich schrotter. Checkpoint! Ich bin ja gleich schrotter. Halt, fahr doch mal. Halt, fahr doch mal! Halt, fahr doch mal? Ich soll driften, aber wenn ich drifte, haut es ihn in die Bande. Das ist ja echt komisch. Jetpoint. Was ist denn das für eine Scheiße? 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 Ganz, ganz komisch, wie das Auto da in die Kurve fährt. 3, 2, 1, go! Blöde Sau, das hast du davon. Checkpoint. Was ist denn das für eine Scheiße? 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 Checkpoint. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn der Scheiße? Cheap? Nein! Ok, ok, ok. Schön, schön, schön. Mit dem Auto geht's merklich besser. Was denn jetzt? Schalt doch mal, du Honox! Super! Excellent! Checkpoint! Last lap! Was denn jetzt? Kannst du dir auch wieder nicht ausdenken. Winner! Winner, winner, chicken dinner! Oh! You have unlocked new content! Ready! Let's go! Ah, der hat einen guten Grip, der Rest ist nicht so. 3, 2, 1, go! What the fuck? Checkpoint! 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 2, 3, 3, 2, go! 3, 2, 4, 3, 2, go! Entschuldigung. Checkpoint. 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 Ich auch, Manu. Cool. Checkpoint. 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 Was ist das Problem? Was ist das Problem? Jawoll, schön, schön. Lecker. Bestellst du das vor oder lässt du dich einfach überreichen immer? Sagst du Schwillholt grießfrei oder sagst du, mach halt irgendwas, Hauptsache Koch? Koch mal, warst du. Oh, a card advanced. Jetzt koch mal. Oh. Achievement, baby. Ready. Let's go. This will be a race to remember. Darcher engines. Uhu, ma przeciągi za. Three, two, one, go. Ach so, du meinst. Kai, die Manu hat dich gerufen. Was ist denn das für eine Strecke, ey? Alter, was macht ihr denn hier? Checkpoint. Checkpoint. Alter, du blöde Schwein. Nooo. Checkpoint. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, gleich fängst du auf deine Schelle, blöder Hund. Und da macht Motocountry 3 raus, was tatsächlich sehr geil aussieht, aber ich weiß nicht, ob ich da so einen Spaß dran habe, doch. Hey, wieso Turnaround? Was ist denn das für eine Scheiße? Heute haben wir gut Content niedergeknüppelt, sehr geil. 3, 2, 1, go! Was ist denn hier? Großeinsatz. Großeinsatz, du. Hier sind Madison und alles. Großeinsatz. Da istouchen. Hö Toromorphin. Großeinsatz. Floorsños. Fußакти Checkpoint! Bis zum nächsten Mal. Schön, schön, schön. Und sieg. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. zu wie heißt das Ding? Speed Truck Racing Speed Truck Racing für 9,99 kostet das nochmal das hab ich schon Euro gekauft oder für zwei du von Super Power Up Games, Digga Speed Truck Racing 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 We have imported one of your game clips? What the fuck? How do I get it? How do I get it? How do I get it? Was soll das denn? Okidoki. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend gewünscht. Und bis morgen, alter Frische. Sauber bleiben. Good night. Good fight. Danke fürs Zuschauen. Servus. Ich werde das. Vielen Dank.